Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 10. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 885. Heute mit den folgenden Themen. Hero Fest 20, Xbox Series X und S, Android 11, Sign-In with Apple, Schadensersatz und MK295. Ich beginne gleich mit dem Hero Fest, ist ein schweizerisches Festival, das sich dem Bereich Gaming, E-Sports und, wie heisst es nochmals, Crossplay etc. widmet, das ich in den letzten Jahren immer mit meiner grössten Tochter besucht habe, was in diesem Jahr leider nicht möglich sein wird, zumindest nicht in physischer Form, denn das Ganze findet nicht an drei Tagen statt in Bern, sondern an mehr als drei Tagen dafür in Online. Jetzt ist das Programm draussen, es beginnt am 3., ist es jetzt Oktober oder November, es beginnt auf jeden Fall an einem 3. und endet an einem 11. Wie genau sich das Programm auseinandersetzt oder zusammenstellt und wie es funktioniert, in den Shownotes habt ihr den Link dazu auf daily.geektalk oder im Podcatcher eures Vertrauens. Weiter geht es mit Microsoft und das passt gerade mit dem Thema Gaming, denn da sind jetzt die offiziellen Zahlen rausgepurzelt. Zuerst ein bisschen überraschend, eine Xbox Series S und nicht X, für 299 Euro soll die zu kaufen sein ab dem 10. November, kam zuerst als Leak raus und wurde dann ganz, ganz schnell von Microsoft hinten nachgeschmissen, auch noch nachgedoppelt dann wurde zu der Xbox Series X, denn auch bei der steht der Preis fest, 499 Euro und oder Schweizer Franken, der Preis soll beiden Orten gleich sein. Ja, tolles Angebot, ein extrem, ja wie soll ich sagen, ein extrem knackiger Preis. Ich bin mal gespannt, was jetzt Sony aufrufen wird, aber ich denke, das wird in einem ähnlichen Rahmen sein und wir werden bald davon hören. Da bin ich auch noch doppelt gespannt, wann das Datum bei Sony ist, wo sie das Ganze dann freigeben werden. Google hat heute angekündigt, dass Android 11 nun komplett fertig ist. Auf den Pixel-Smartphones bereits ausgerollt wird und dann später weitere Hersteller folgen dürfen. Wir dürfen gespannt sein, welche das sind. In den Show Notes werden wir direkt einen Beitrag und oder direkt ein Video zu den Top Features mit Android 11 aufzeigen. Da, oder verlinken besser gesagt, da bin ich am meisten gespannt auf die Bubble-Geschichten mit den gesammelten Nachrichten. Das klingt schon mal spannend. Einer der ersten Hersteller, der sich darauf gemeldet hat oder von dem ich es zumindest mitbekommen habe, ist Oppo. Die bringen nämlich am 14. Ein Tag vor dem Apple-Event seine globale Pressekonferenz heraus, wo es darum geht, um ColorOS 11. ColorOS ist das eigene übergestülpte Betriebssystem oder visuelle auf Android. Was sie da rausbringen und das soll zuallererst beim Find X Pro, Find X 2 Pro kommen. Welche anderen Geräte noch mit dabei sind, das wird uns Oppo wahrscheinlich dann am Abend zeigen, wenn das Ganze vorgestellt wird. Hier bin ich echt gespannt, wie sich Oppo mit Updates schlagen wird und wie sie da aufspringen auf den Zug. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple und Epic. Die ganze Geschichte ist ja ziemlich epic und hässlich, dass Epic das Ganze nicht einfach vor Gericht geklärt hat und nebenbei sich an Gesetze, also Gesetze in Anführungsschlusszeichen, an die Apple-Richtlinien gehalten hat. Nie der Gaming-Konzern muss das auf dem Rücken der Kunden austragen und das ist das traurige Update. Gibt es nämlich nicht mehr, zumindest auf der iOS-Seite bei Android kann man noch ein bisschen was. Aber nachdem das Apple die App rausgeworfen hat, dann das Entwicklerkonto von Epic gesperrt hat, geht es das Nächste. Alles mit Ankündigung von Seiten Apple, also so wie in den AGBs vorgeschrieben, wird jetzt auch das Sign-In with Apple abgestellt. Also für all diejenigen, die sich bei Epic mit Apple eingeloggt haben, dem Dienst von Apple, die sollten ganz, ganz, ganz schnell ihr Konto ändern und das in einen normalen Login umwandeln, denn sonst hätten sie bald mal die Möglichkeit nicht mehr in das Spiel zu kommen und das wäre auch schade. Oder spielt halt einfach PUBG oder andere Alternativen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einer neuen Maus und neuer Tastatur. Nicht für den Bereich des Gamings, den haben wir jetzt hinter uns gelassen. Nie, es geht um eine Podcaster-Maus und eine Podcaster-Tastatur. Anscheinend, laut Logitech-eigener Aussage, die meistverkaufte Tastatur- und Mauskombination, die MK295 Silent Wireless Combo, wurde geupdatet auf ein aktuelles, Tastatur-Design, Maus-Design, was auch immer, es soll bis zu 90% der Geräusche unterdrücken und ich bin da gespannt. Ich muss mal mit Logitech sprechen, ob wir die mal testen können, weil ich könnte es verlinken. Wir haben ein Video gemacht damals mit der ersten Maus, die eben leise war. Die habe ich bis vor kurzem noch zum Podcasten genutzt, weil eben leise und da ist ja das wichtig, dass man keine Tastaturanschläge gehört und auch keine Mausgeräusche. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Noch zwei kleine oder bis jetzt fünf kleine Hinweise. Zwei neue YouTube-Videos sind online im Pogipsi Network YouTube-Channel. Für all diejenigen, die es interessiert, geht doch mal reinschauen. Die Samsung Galaxy Buds Live, die Bohnen für die Ohren und den Eagle Home Smart Padlock. Die beiden Videos sind online und, wenn wir gerade so dabei sind, drei neue Testberichte sind online. Das Bio-Case von Wood Accessoires, habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, wiederverwendet oder eine kompostierbare iPhone-Hülle. Dann ein Cross-Car, Cross-Call, mein Gott, reden ist manchmal schwierig. Cross-Call Core T4 Tablet, das stärkste Tablet, wie ich es genannt habe in dem Titel, weshalb das so ist, könnt ihr reinlesen. Und der Electrox, oder für Deutschland AEG, Pure Q9 Staubsauger. Reinlesen, wer interessiert ist, Links in den Shownotes und oder auf daily.geektalk.ch. In diesem Sinne, das war's heute von mir. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geektalk. Hört mehr Geektalk. Hört mehr Geektalk. Vielen Dank.